Hallo und herzlich willkommen liebe Community zum Gewinnspiel im Monat Mai. Nach dem Vorspann zeige ich euch den Gewinner aus dem Monat April und was euch in Zukunft noch auf meinem Kanal erwartet. Fangen wir gleich mit dem Gewinner aus dem Vormonat aus dem April-Gewinnspiel an und gewonnen hat hier der Stalker LP. Man konnte im letzten Gewinnspiel seine Chancen erhöhen, wenn man das Bioshock Infinite Musikvideo, das ich erstellt habe, bewertet und kommentiert hat. Und das hat der gute Stalker LP getan und hat sich damit die 2000 Microsoft Points redlich verdient. Dieser Gewinn wird ersetzt durch einen neuen Gewinn und zwar durch einen 20 Euro Amazon Gutschein. Das heißt, diesen Monat könnt ihr gewinnen 20 Euro Amazon Gutschein, 20 Euro PSN Card oder das Skyrim Lösungsbuch. Auch die Gewinnspiel-Teilnahmeregeln sind denkbar einfach. Liked das Video und kommentiert und schreibt einfach unten in die Kommentare rein, was ihr denn gewinnen wollt. Mehr ist nicht zu tun. Wenn ihr eure Gewinnchancen auch diesen Monat erhöhen wollt, schaut ihr in Call of Donnerstag 4 rein, wenn ich weiß, was das ist. Jeden Donnerstag gibt es ein Call of Duty Commentary mit Themen, die gerade so aktuell sind oder die mir im Kopf rumgehen, worauf ich eben so Bock habe. Link dazu in der Videobeschreibung oder jetzt in den Anmerkungen. Da mal draufklicken, kommentieren und bewerten. Und damit könnt ihr auch gleichzeitig erreichen, dass es mal noch ein anderes Thema neben Elder Scrolls in Call of Duty auf meinem Kanal geben wird. Wenn ihr nämlich dann dieses Video Call of Donnerstag 4 bewertet, ab 250 Likes, wird es ein FIFA Ultimate Team Video von meinem FIFA 13 Ultimate Team geben. Dann könnt ihr mal schauen, wie ich da so spiele in der ersten Online-Liga, wenn ihr da Bock drauf habt. Wie gesagt, gerne einen Daumen hoch im entsprechenden Video. An alle, die jetzt neu auf dem Kanal sind und nicht wissen, was ihr hier erwartet, nochmal kurz eine Zusammenfassung. Jeden Sonntag gibt es ein Elder Scrolls Tipps und Tricks Video oder irgendwelche Geschichten einfach rund ums Thema Skyrim Elder Scrolls im Allgemeinen. Das Ganze wird irgendwann noch erweitert auf Fallout. Sollte denn Fallout 4 demnächst mal angekündigt werden, wird das natürlich auch ein Thema sein. Und am Donnerstag, wie gesagt, gibt es immer ein COD-Commentary. Und ergänzend wird es demnächst, mal schauen, ob ich das schaffe, voraussichtlich im Juni, Mitte Juni, am Montag auch noch ein festes Format geben. Und zwar ein Community-Format, wo ihr fest mit eingebunden seid. Was das genau sein wird, verrate ich noch nicht. Das ist auf jeden Fall in Planung, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Und dann haben wir jede Woche drei feste Videotage, Montag, Donnerstag, Sonntag. Wann ich die Videos hochlade, wiederum, das ist nicht fest, weil es kommt immer drauf an, wann ich es so schaffe. Im Regelfall versuche ich zumindest am Sonntag die Skyrim-Videos immer um, sagen wir, 18 Uhr rum hochzuladen. Falls ihr es um 6 Uhr nicht finden solltet, dann schaut einfach mal eine Stunde später nach. Der Videotag steht auf jeden Fall weiterhin. Ja, dann danke ich euch schon mal für die Teilnahme. Im letzten Gewinnspiel waren die Teilnehmerzahlen noch höher. Das hat mich gefreut. Wird mich freuen, wenn wir dieses Mal noch mehr teilnehmen. Und wer dies letzten Monat nicht gewonnen hat, nicht traurig sein, vielleicht jetzt diesen Monat was. Und wir sehen uns dann schon wieder, und zwar morgen zum Call of Donnerstag, zur aktuellen Folge. Und wer jetzt noch nicht weiß, was er tun soll mit seiner Zeit, dem stelle ich in die Videobeschreibung nochmal ein paar Video-Vorschläge rein. Da hätten wir zum einen, wie gesagt, das Bioshock Infinite Musik-Video, wer das noch nicht gesehen hat. Oder aber der Ebenerzkriege auf Legendär mit einem Vorspann, den ich da produziert habe. Zieht euch das mal rein, wenn ihr wieder Bock habt, auf Skyrim. Und ansonsten sieht man sich dann, wie gesagt, morgen schon wieder. Oder wenn ihr das Video später seht, findet ihr auf meinem Kanal sicherlich noch andere Möglichkeiten, um euch die Zeit zu vertreiben. Das war's von mir. Haut rein!